Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich habe hier das iPhone 6 und das iPhone 6 Plus und in diesem Video soll es mal um so ein erstes Fazit gehen. Wie finde ich die Geräte? Wie machen sie sich so nach den ersten Tagen Benutzung? Ob sie mir wirklich gefallen haben oder ob ich sage, nee, das ist eigentlich ein totaler Schrott. Das erfahrt ihr nach dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß. Zuerst einmal etwas allgemeiner und zwar zum Design. Ich habe hier noch das iPhone 5S und hier im Vergleich dazu das iPhone 6. Ihr seht schon, das Design hat sich jetzt besonders auf der Rückseite und auch hier an den Ecken oder an den Kanten hat sich das nochmal geändert. Die sind jetzt abgerundeter. Gefällt mir persönlich besser. Es liegt wesentlich besser in der Hand als das iPhone 5S. Was aber viele Leute nicht so gut finden, das ist die Rückseite. Beim 5S war es ja so, dass die Rückseite hier hinten aus Glasteilen auch noch bestand und jetzt ist das halt hinten hier alles Aluminium bzw. diese Streifen hier, diese Antennen und so weiter. Die sind halt jetzt auf der Rückseite deutlich mehr zu sehen als halt beim Vorgänger. Mittlerweile muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, am Anfang hat es mir gar nicht so stark gefallen. Aber jetzt mittlerweile, nach ein paar Tagen Benutzung, gefällt es mir eigentlich relativ gut. Ist das nicht so, weil ich sage, oh geil iPhone, sondern ist wirklich so, dass ich sage, okay die Rückseite hat jetzt eigentlich auch was. Ich finde sie jetzt auch nicht perfekt, man könnte sie natürlich wesentlich besser machen. Die Rückseite, sei es zum Beispiel wie die Rückseite beim iPad Mini oder so, dass halt die Antennen jetzt hier oben oder so sind. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, mir gefällt es an sich eigentlich ganz gut. Was ich auch wirklich sehr gut finde, ist, dass das Display so ein bisschen abgerundet ist. Man kennt die Swipe-Gesten in iOS, wenn man jetzt irgendwo zurückswipen möchte in den Einstellungen oder bei E-Mails und so weiter. Das Ganze ist mir wirklich deutlich angenehmer und macht sozusagen mehr Spaß. Aber es ist wirklich ein angenehmeres Gefühl, als wenn man hier die ganze Zeit diese Kante hat beim iPhone 5S. Und wenn man da so rüberwischt, ist es wirklich ein ganz anderes Gefühl, als wenn es jetzt hier beim iPhone 6 ist. Alle Buttons lassen sich auch wirklich sehr gut bedienen, sei es die Lauter- und Leise-Buttons oder sei es hier der Power-Button. Man hat sich mittlerweile daran gewöhnt, dass halt der Power-Button auf der rechten Seite ist. Was ich auch nach einigen Tagen Benutzung festgestellt habe, das iPhone 6 mit 4,7 Zoll, wie ich es hier habe, finde ich jetzt wirklich als perfekte Größe. Ich habe hier auch nochmal das iPhone 6 Plus im Direktvergleich. Sieht man nochmal, was das für ein krasser Unterschied ist. Und ich muss sagen, ich finde einfach diese Größe 4,7 Zoll wirklich perfekt. Das iPhone 6 Plus ist zwar jetzt auf keinen Fall schlecht. Es ist halt deutlich größer mit 5,5 Zoll. Es ist auch für einige Anwendungen besser geeignet. Also wer jetzt viele Filme schauen möchte, wer jetzt irgendwie Präsentationen zeigen möchte auf seinem iPhone oder viele Fotos macht. Für den ist auf jeden Fall das iPhone 6 Plus eine bessere Wahl. Dazu kommen wir auch später nochmal bezüglich der Fotos. Und ja, ich muss sagen, für den Alltag finde ich das iPhone 6 mit 4,7 Zoll wirklich richtig gut geeignet. Wenn ich jetzt ab und zu auch nochmal mein iPhone 5S benutze, dann ist das schon ein richtig krasser Unterschied. Hier seht ihr das Ganze nochmal im Vergleich zum iPhone 6 Plus und halt auch zum normalen iPhone 6. Ich möchte auf gar keinen Fall mehr auf die 4 Zoll zurück. Das ist wirklich eine richtig krasse Umstellung, da wieder zurückzugehen. Aber ich finde, wie gesagt, 4,7 Zoll ist perfekt für den Alltag geeignet. 5,5 Zoll ist jetzt auf keinen Fall schlecht geeignet. Also man kommt auch gut überhin mit dem Daumen. Ist aber besser geeignet, wenn man es mit 2 hinten bedient. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar der Kamera. Apple selbst bewirbt diese Kamera immer besonders auf der Webseite oder auch auf der Keynote. Doch ist die wirklich so gut und ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Es macht wirklich richtig Spaß damit zu filmen, Fotos zu machen oder auch jetzt die neuen 240 Frames per Second Slow-Mo Videos. Die sind wirklich richtig gut, gefallen wirklich richtig gut. Besonders die optische Bildstabilisierung beim iPhone 6 Plus. Da wird das Ganze über diesen Motion Prozessor, da werden diese Bewegungen registriert, wenn man das iPhone so bewegt. Die Videos wirken dadurch deutlich flüssiger und wenn man zudem auch noch mit 60 Frames per Second aufnimmt, dann macht das wirklich richtig viel Spaß mit dem iPhone 6 Plus aufzunehmen, Filme zu machen und so weiter. Da kann es wirklich schon mit einigen Digitalkameras oder DSLRs mithalten. Hier seht ihr jetzt nochmal einige Beispielbilder mit dem iPhone 6 Plus und auch natürlich auch mit dem iPhone 6. Von den Farben her und vom Kontrast hat sich das auch nochmal deutlich verbessert im Gegensatz als zum iPhone 5S. Genauere Vergleiche dazu, da kommen auch noch einige Videos in nächster Zeit, wenn ihr sie nicht verpassen möchtet, dann könnt ihr gerne unten abonnieren. Ich möchte jetzt an diesem Fazit nicht auf jede einzelne Funktion drauf eingehen, ist aber so ein grundlegendes Fazit. Es gibt natürlich auch Sachen, die mir überhaupt gar nicht so gefallen und zwar ist das zum einen iOS 8 und die Apps. Einige Apps wie zum Beispiel WhatsApp, Tweetbot oder so, die sind ja noch gar nicht für das iPhone 6 Plus optimiert oder beziehungsweise überhaupt auch nicht für das iPhone 6. Und wenn man WhatsApp hier auf dem iPhone 6 Plus benutzt, dann denkt man echt, man hätte jetzt irgendwie so ein Handy für ältere Leute, denn das ist halt mega groß skaliert, damit das halt auf dem großen Bildschirm auch noch dargestellt wird. Kommen wir jetzt nochmal zum Schluss zum Akku, da ist das iPhone immer so ein Gerät, wo ich das nicht unbedingt mega punkten kann. Aber wenn man jetzt mal unter die Benutzung guckt bei den Anstellungen, da habe ich jetzt Standby, Eintag und 5 Stunden, sind also 29 Stunden, fast 30 Stunden, wo ich das Ding jetzt im Standby habe. Und Benutzung ist das Ganze bei 6 Stunden, 45 Minuten, also fast 7 Stunden Benutzung. Das ist natürlich immer so eine Sache. Beim iPhone 6 Plus sieht das Ganze nochmal deutlich anders aus. Hier hat man ja fast an den 3000 mAh Akku, da ist der Akku wirklich richtig gut. Also da kommt man locker so 2 Tage, wenn es gut läuft 2 Tage, damit aus. Beim iPhone 6 habe ich hier nochmal die Apple Case mir gekauft, kostet 45 Euro. Und ich bin wirklich von dieser Case sehr zufrieden. Auch dazu kommt nochmal ein extra Review zu dieser Case, wie ich die so finde. Auf jeden Fall erstes Eindruck, mir gefällt die Case auf jeden Fall richtig gut. Das soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es hat euch mal so einen kleinen Einblick gegeben zu den ersten Eindrücken zum iPhone 6 und zum iPhone 6 Plus. Ansonsten, das soll es vom ersten Fazit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben geben oder mich unten abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.